Möchtest du wissen, was an kosmischen und irdischen Energien gerade auf der Erde unterwegs ist und was du daraus machen kannst? Dann bist du genau richtig hier. Herzlich willkommen zu meinem aktuellen Energie-Video. Heute kurz und knackig ein kleiner Rückblick, eine ganz besondere Welle, die jetzt beginnt. Dazu erzähle ich mehr und ich werde wieder Engelkarten ziehen am Ende des Videos. Ein kleiner Rückblick, wir hatten jetzt eine Woche lang einen ziemlich heftigen Energiesturm. Es war eine Mischung, eine Verbindung aus Sonnensturm, einer sehr starken Schumann-Frequenz und die ganzen Naturkatastrophen, die durch Erdbeben entstanden sind. Ich hatte es vor zehn Tagen gespürt, es hat wirklich in meinen Knochen vibriert und ich habe dann einige Videos gemacht, immer wieder ein paar Updates. Und dann hat sich das Ganze auch eben durch eine schwere Überschwemmungskatastrophe in Mitteleuropa gezeigt. Und auf der ganzen Welt ist sehr viel passiert, auch in Sachen Erdbeben und Vulkanausbrüche. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass auch die menschlichen Energien verrückt spielen. Und das alles schwappt dann wie eine große Welle, wie ein großer Sturm über die Erde. Wir haben es überstanden, es gibt viele, viele Todesopfer zu beklagen, es gibt viel zu betrauern. Und doch sind es immer im Vergleich zum Gro der Menschheit wenige, die sich entschieden haben, diese Chance zu nutzen, die Erde zu verlassen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen klar, denn ich weiß, dass viele Menschen, die meine Videos anschauen, dazu neigen, im Mitleid zu ersticken. Und ich darf euch sagen, das war heute Morgen in meiner Meditation ein ganz wichtiger Impuls, den ich euch weitergeben soll. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich muss es jetzt nochmal gerade inmitten dieser Katastrophe wiederholen. Mitleid ist Gift. Mitleid macht das Opfer noch mehr krank, inaktiv, ohnmächtig und macht dich, wenn du unter Mitleid leidest, genauso krank, inaktiv. Es zieht die Energie runter und für mich zeigt es sich energetisch wirklich wie pures Gift. Und ich muss euch allen sagen, bitte, bitte, ab sofort kein Mitleid mehr. Mitleid ist nichts Gutes. Es wurde uns quasi so anerzogen, dass wir mitleiden müssen mit Opfern gleich welcher Art. Und ich darf euch sagen, aus eigener Erfahrung, ich war genau so, es hat mich kaputt gemacht, mit allem und jedem mitzuleiden. Mitgefühl, ja. Mitgefühl bedeutet, ich sehe, wenn es einem Menschen nicht gut geht, dann fühle ich in mich hinein, habe ich gerade die Kraft, etwas zu verändern oder nicht. Wenn ich die Kraft nicht habe, dann sende ich diesem Menschen zum Beispiel ein paar wundervolle Engel, damit diese Engel diesen Menschen Kraft geben, damit dieser Mensch aus seinem eigenen Loch wieder herauskommt. Ob das eine Krankheit ist, ob das Trauer ist, ob das wie jetzt der Verlust von Hab und Gut ist durch diese Überschwemmungen. Wenn ich aber die Kraft habe, dann kann ich entscheiden. Fahre ich zu dem Menschen, nehme ich ihn in den Arm, frage ich, was ich tun kann, spende ich Geld, wenn ich gerade nicht aktiv irgendwo hinfahren kann, weil die Katastrophe auf der anderen Seite der Erde ist. Ich möchte euch erinnern, vor Corona gab es in Australien diese unfassbar starken Brände. Und die Menschen sind dann auch überall auf der Welt zusammengebrochen, weil sie so im Mitleid versunken sind. Und es hat nichts verändert. Mitleid löscht keinen Brand. Mitleid lässt das Wasser nicht schneller abfließen oder putzt die Keller. Mitgefühl ist aktiv. Mitgefühl kann entscheiden, was ist jetzt zu tun. Aktiv. Das musste jetzt nochmal gesagt werden. Und vielleicht mache ich irgendwann mal ein eigenes Video dazu und erkläre das mal in der Tiefe, was es energetisch bedeutet, mitzuleiden. Übrigens sitze ich vor meinem neuen Bild. Es hat jetzt einen Namen. Es ist der Segen der Regenbogendimension. Und ich werde in den nächsten Tagen ein eigenes Video dazu machen, weil die Botschaft jetzt kam und die ist so, so passend, so wichtig, so toll. Aber das eben später. Jetzt wirkt es als Segen einfach für dich, für die Welt. Das sind ja meine Bilder. Und ich habe heute Morgen auch einen Tagesimpuls gepostet bei Facebook und Telegram, auch bei Instagram. Jetzt kommen wir zur aktuellen Energiewelle. Wegen dieser ganzen Katastrophen hat jetzt eine Friedenswelle begonnen. Es ist eine Energiewelle, die über die Erde fließt und allen Menschen, wenn sie offen dafür sind, aber auch diejenigen, die es nicht so stark spüren, die sich dafür auch gar nicht interessieren, All diese Menschen, alle Menschen, werden von dieser Friedenswelle beruhigt. Es ist eine beruhigende, klare, auch reinigende Energie. Und wir können sie nutzen, um in uns eben mehr Frieden zu fühlen. Diese Wellen, ist das genau wie mit den Engeln, sind jetzt nicht dazu da, um eben die Katastrophen tatkräftig zu unterstützen, sondern sie machen uns Menschen tatkräftig, damit wir Menschen etwas verändern können. Die Schumann-Frequenz hat sich beruhigt. Es ist noch ein etwas unruhiges Magnetfeld um unsere Erde herum, weil die Sonne so ein paar Pulse sendet. Aber es ist für mich eher jetzt eine ruhige Welle, die uns wieder herunterholt aus diesem extremen Aufgewühltsein. Und ich finde es wundervoll und meine Impulse möchten ja immer auch helfen, damit du dich entspannen kannst, damit du dich ausrichten kannst, deinen Fokus darauf ausrichten kannst, klare Entscheidungen zu treffen, damit du Lösungen findest, egal wofür. Also können wir uns jetzt erstmal daran erfreuen, dass der Energiesturm abgeebbt ist und ich kann immer wieder nur sagen, es sind Wellen. Mal sind es stürmische Wellen, wie in den letzten zehn Tagen, mal sind es sanfte Wellen, mal ist es Liebe, die über die Erde fließt, weil ganz viele Menschen Liebe brauchen. Jetzt brauchen wir alle offensichtlich tiefen inneren Frieden und ganz ehrlich, ich persönlich freue mich so sehr darüber, dass das jetzt so ist. Und ich werde es nutzen, um wieder zu malen, mich körperlich zu entspannen und euch so viele schöne Videos zur Entspannung vorzubereiten, wie nur möglich. Jetzt möchte ich zum Abschluss Engelkarten ziehen, wie gesagt, heute kurz und knackig, denn ganz ehrlich, also ich finde es schon ganz, ganz toll, dass jetzt diese Friedenswelle kommt und Natur genießen, entspannen, vielleicht ein Salzbad machen, ein Basenbad oder wenn es nur die Füße sind, die man in ein Basenbad taucht mit Meersalz oder es gibt ja eben auch diese wunderschönen Basenbäder, das ist Pulver, das streut man ins Wasser, das zieht quasi so die ganzen Säuren über die Füße besonders gut, aber auch über die Haut insgesamt heraus. Morgens auf nüchternem Magen Zitrone trinken hilft auch sehr stark, basisch zu machen, wenn man übersäuert ist durch zu viel Stress, zu viel Sorgen, zu viel Angst. Ja, das sind so feine kleine Dinge, ich hatte es jetzt in den letzten Videos immer wieder gesagt, das schöne ionisierte Wasser genießen, ein Liter Wasser im Topf auf den Herd, leicht sprudelnd 12 bis 15 Minuten kochen lassen, so heiß wie möglich trinken, ja es ist Sommer, aber das hilft dem Körper zu entgiften. Ich nutze das immer wieder und es ist großartig. So, ich habe jetzt derweil gemischt, werde jetzt drei Karten ziehen, einmal für den Körper, einmal für den Geist und die Engelkraft für die Seele. So. Für den Körper hilft uns der Engel der Liebe. Lass dich von der Liebe umhüllen, spüre die bedingungslose Liebe der göttlichen Quelle, spüre die Liebe der Engel, dann beruhigen sich deine Zellen, dann beruhigt sich dein Körpersystem und du kannst eben viel entspannter deinen Alltag bewältigen und hoffentlich sogar genießen. Und wenn es sein darf, auch aktiv bei all dem helfen, was um dich herum geschieht. Der Engel für den Geist Heile deine Vergangenheit Gerade in Katastrophenzeiten kommen ganz viele Emotionen an die Oberfläche, alte Gefühle, die auf Verletzungen, auf Schmerzen aus der Vergangenheit basieren. Und dann ist es wichtig, du kannst es mithilfe der Engel machen, indem du diesen Engel der Vergangenheit, der Heilung der Vergangenheit rufst und ihn bittest, eben ganz klar die alten Erinnerungen zu heilen, zu transformieren und dann kannst du sie loslassen, damit du Platz machen kannst in deinem Geist, in deinem Gehirn, in deinem Herzen, für neue, schöne, glückliche Erinnerungen. Und zu guter Letzt der Seelenimpuls, der Engel der Balance. Wunderschön, passend zu dieser Friedenswelle. Deine Seele sagt, finde deine Balance wieder. Balance zu finden ist gar nicht so schwer. Ich werde wie immer unten in der Videobeschreibung einige hierzu passende Videos verlinken, besonders zur Friedenswelle, besonders aber auch zum Thema Balance finden. Denn eine Balance zu haben zwischen Tun und Entspannen, zwischen aktiv sein und eher fühlen, über den Geist Entscheidungen zu treffen. Diese Balance, Körper, Geist und Seele ist extrem wichtig, gerade in diesen Zeiten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse weiterleiten, was du jetzt tun kannst, was du jetzt genießen kannst. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben, ein Abo und wenn du die kleine Glöcke klickst beim Abo, dann bekommst du immer Bescheid, wenn ein neues Video von mir online geht. Ja, fast jeden Tag. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Impulse, die ich weitergegeben habe, anderen Menschen helfen können, dann teile das Video. Ich freue mich einfach, wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir alle diese Zeiten des Wandels und des Aufstiegs so klar, entspannt und gut wie möglich erleben. In diesem Sinne, ganz viel Frieden, ganz viel Liebe zu dir, deine Sonja Arie. Bis bald, wir sehen uns.